Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist passiert, endlich! Was habe ich gebraucht? Was habe ich die letzte Zeit gesuchtet und Raids gemacht? Und was war ich so enttäuscht, nachdem Cresselia da war und das so scheiße war und das gerade mal auf 2600 gekommen ist und ich gar keinen Bock hatte das zu machen? Ich habe absichtlich die 5er Raids links liegen lassen, habe kein Cresselia gemacht, aus Protest. Ich habe nur noch Alola Knogger gejagt und wenn doch mal keins kam, habe ich aus Versehen mal ein Cresselia mitgenommen. Da wollte ich auch nicht so sein, bevor ich den Pass verschwende, war ich so geizig und habe dann lieber ein Cresselia gemacht. Oh mein Gott! Und da bin ich losgerannt und habe gesehen, Heatran ist da, Heatran, wie auch immer. Scheiß die Wandern wieder, das heißt, keine Ahnung. Und ich habe gejagt und was habe ich gejagt? Ich bin los, ich habe im Duo, ich habe Raids gemacht, ich habe 1000 Raids gemacht, ich habe 5 Millionen Raids gemacht, ich habe den Bob geschnappt, habe gesagt, nimm jetzt dein Handy, wir ziehen jetzt los, wir machen Raid-Tour, ein Raid nach dem anderen. Wir haben jeden Raid geplattet, wir haben alles mitgenommen und die Bonbons kamen rein, man konnte sich gar nicht mehr retten. So viele Bonbons überall hin und her, wir mussten nicht mal Bären verwenden, also keine gelben Bären, keine Sonderbonbons. Schon alleine nur durch die Raids in letzter Zeit sind so viele Bonbons zusammengekommen, wir konnten sofort eins maxen, wenn wir ein gutes gehabt hätten. Und jetzt ist es passiert, das 21, 45er, das 100%ige ist aufgetaucht und ich war so angespannt, ich habe gedacht, ich raste komplett aus. Jetzt ist es da, das 100% Heatran, 100% Heatran, wie auch immer, keine Ahnung. Und dann habe ich geworfen und ich habe den Kreis eingestellt und ich habe daneben geworfen und ich habe nochmal geworfen und ich habe den Kreis erneut eingestellt. Ein bisschen größer, damit ich überhaupt reingetreffe, war einfach fabelhaft. Und nach 3, 4, 5 Versuchen, keine Ahnung, ist es drin gewesen. 2145, ja ich bin, 2145 WP, 100%, Heatran, Heatran. Und dann die große Ernüchterung, Bob war ja gar nicht da, ich habe also nur zwei Handys gehabt und habe mit zwei Handys den Raid gemacht. Gott verdammte Scheiße, habe ich da gestanden, habe auf meinem Account gespielt, habe auf Bob seinem Account gespielt, habe das 100%ige gefangen. Und dann habe ich gesehen, das ist gar nicht mein Account, das war bei Bob auf dem Account und ich habe gedacht, oh mein Gott, warum? Warum? Ich fange für den Filippone das 98er, ich fange für die Sandra das 98er, ich fange für den Xtreme das 98er und jetzt spiele ich für den Bob und fange ihm ein 100er und was habe ich? Ich habe nichts, ich werde sterben. Nein, es ist natürlich alles nur Spaß, es ist ja nur ein Spiel, ne? Jetzt wünsche ich mir natürlich Griselia zurück, weil da war es nicht so wichtig, wenn da was Gutes da war, weil selbst ein 100er Griselia ist nichts wert, sei doch nicht so gemein. Aber Glückwunsch natürlich an Bob an dieser Stelle, dem konnte ich dann mit ein schönes Weihnachtsgeschenk machen, das war nämlich genau der 24.12. Da habe ich das für ihn gefangen, habe frühestens noch hier mein Video gemacht mit dem Doppel-Raid, bin dann raus, zwischendurch, solange das exportiert ist, habe ich gedacht, nimmst du am Stadtbappen noch den anderen Raid mit? Und da ist das 100%ige gewesen, nicht bei mir, aber bei Bob und dem habe ich das gefangen und dann habe ich das in die Gruppe und alle haben einen Beglückwunsch. Und dann habe ich, weil es war ja nicht meins und Bob hat sich natürlich riesig gefreut, ist nicht dein Ernst und das ist doch nicht meins, oder? Bäm, ich habe gesagt, doch und jetzt magst du das sofort und steckst alles rein, was du hast. Also nicht alles, du Perverse. Auf jeden Fall hat er es dann hochgezogen, hat einen Screen nochmal davon geschickt und es kommt genau auf 3.754 WP. Jetzt hat er keine Bonbons mehr, jetzt hat er genau null Bonbons, jetzt hat er aber auch keinen Sternenstaub mehr, jetzt hat er nur noch 89.000 Sternenstaub und ich bin schuld, oh mein Gott. Aber war doch ein richtig cooles Weihnachtsgeschenk und ja, ich mache natürlich weiter. Ich lasse mich davon nicht aus der Bahn werfen, ne? Hoho, ziehe mir eine Jacke an. Und werde einfach noch ein paar Heatran, 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 Heat, Ring, Rates machen. In der Hoffnung, vielleicht trotzdem noch ein 98%iges wenigstens zu bekommen oder ein 100er. Aber ein 96er habe ich ja schon mit 15 Angriff. Ich werde einfach das hochziehen, wenn ich nicht anderes bekomme oder fange irgendwann mal an, die vielleicht doch mal zu tauschen. In der Hoffnung, dass die Lucky werden. Und dann habe ich ja da auch was und dann kostet es mich auch nicht so viel Sternenstaub. Vielleicht kriege ich ja ein 100% Lucky, wer weiß, was das Fest noch bringt. Aber das war es von heute. Morgen, übrigens schön ersten Weihnachtsfeiertag, ne? Müsste ja eigentlich heute der 25. sein, aber ich mache in letzter Zeit so viel Zeug und lade es dann immer alles 100 Jahre später hoch. Aber morgen natürlich Mittwoch, wieder die Raider-Mittwoch-Folge. Heute gestern der Doppel-Raid, heute der Hunder da. Dann kommen noch die Statistiken zum Jahresende. Also da kommen wieder einiges auf euch zu. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.